Das nachfolgende Video wird euch präsentiert von der Bank von Tobel. Ich begrüße euch sehr herzlich bei Money Money. Heute starte ich mit einer neuen Videoreihe, in der ich mich mit komplexen und komplizierteren Finanzprodukten beschäftige. Es gibt Anleger, die zwar auch die klassischen Anlageprodukte nutzen, wie Aktien, Immobilien, Investmentfonds, die aber dennoch bereit sind, mit einem Teil des Vermögens auch größere Risiken einzugehen, um damit auch die Chancen, die der Kapitalmarkt bietet, nutzen wollen. Sie meinen vielleicht, dass die Klassiker vielleicht zu langweilig sind und lieben möglicherweise auch einen gewissen Nervenkitzel. Sie finden diesen Nervenkitzel eben auch spannend. Und spannende Produkte gibt es genügend auf dem Kapitalmarkt, wie etwa strukturierte Finanzprodukte, speziell Zertifikate. Strukturiert heißen diese Produkte deshalb, weil sie sich aus mehreren Bestandteilen zusammensetzen. Damit die gesamte Thematik aber für euch verständlicher wird, werde ich zunächst einmal einige Begriffe erläutern, was zugegebenermaßen auch für mich als Sparkassenmann eine gewisse Herausforderung darstellt. Aber ich finde, nicht nur ein Berater muss auch komplizierte Finanzprodukte erklären können. Vielmehr ist es auch wichtig, dass ein Anleger diese Produkte versteht, insbesondere auch deren Wirkungsweisen, um Chancen und Risiken besser gegeneinander abwägen zu können. Unterstützt wird diese Videoreihe von der Bank von Tobel, die eine langjährige Expertise auf dem Gebiet der Zertifikate aufweisen kann. Dennoch aber gebe ich hier meine eigene Meinung wieder und es erfolgt auch keine Anlageberatung und ich werde auch keine konkreten Produktempfehlungen geben. Immer wieder wird im Zusammenhang mit Kapitalmarktprodukten der Begriff Börse verwendet. Deshalb zunächst einmal ganz einfach, was ist überhaupt eine Börse? Nun stellt euch mal einen großen Markt vor, beispielsweise einen Wochenmarkt, wo Obst, Gemüse, Eier, Fleisch und so weiter angeboten werden. Der Händler schreibt ein Preisschild und versucht dann, diese Ware zu diesem Preis zu verkaufen. Ihr als Käufer seht dieses Schild, akzeptiert diesen Preis und kauft dann das Produkt. Wenn euch der Preis allerdings zu hoch erscheint, was macht ihr? Ihr versucht mit dem Händler zu handeln oder ihr sucht euch einen anderen Anbieter. Der Händler wird diesen Preis aber nur dann reduzieren, wenn die Nachfrage nach dem Produkt gering ist. Wenn die Nachfrage hoch ist, warum sollte er dann den Preis senken? Also, auf dem Wochenmarkt bildet sich ein Preis nach Angebot und Nachfrage. Die Börse, von der wir hier sprechen, da werden ja keine Produkte wie Eier, Obst und Gemüse verkauft, sondern Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien oder Anleihen. Dann gibt es noch Devisen oder Rohstoffe, wie Öl oder Getreide und auch Edelmetalle, wie etwa Gold. Die Börse ist auch ein großer Marktplatz, allerdings findet hier der Handel nicht direkt zwischen Käufer und Verkäufer statt, sondern zwischen Banken und vereidigten Kursmaklern. Es müssen hier gewisse Börsenregeln eingehalten werden, die sogenannten Börsenusancen, und es gibt Institutionen, die den Handel, der computerunterstützt abläuft, überwacht, damit auch alles mit rechten Dingen zugeht. Zu Beginn eines Börsentages legt der Kursmakler aufgrund der ihm vorliegenden Kauf- und Verkaufsaufträge einen Preis fest und geht dann in den Handel und dann entwickelt sich der Kurs nach Angebot und Nachfrage und der kann sich natürlich dann quasi sekündlich auch ändern. In der Regel meinen wir mit Börse die Aktienbörse. Was aber sind eigentlich Aktien? Eine Aktie ist ein Wertpapier, mit dem ihr euch an einem Unternehmen beteiligt. Ihr werdet quasi Miteigentümer, Mitunternehmer oder eben Aktionär, wie es heißt. Mit dem Erwerb der Aktie sind verschiedene Pflichten verbunden, wie zum Beispiel einer Treuepflicht gegenüber dem Unternehmen und gewisse Rechte, wie zum Beispiel Stimmrechte oder das Recht am Unternehmenserfolg teilnehmen zu dürfen, in Form einer Dividende. Die Aktien der 30 größten deutschen Unternehmen sind in einem Index mit unterschiedlicher Gewichtung zusammengefasst. Dem DAX, deutscher Aktienindex. Dieser Index gibt einen guten Überblick, allgemeinen Überblick über die Entwicklung am deutschen Aktienmarkt. Daneben gibt es natürlich weitere Indizes, wie beispielsweise den Eurostock 50, in dem die 50 größten europäischen Unternehmen enthalten sind, oder eben auch den MSCI World Index mit 1600 Unternehmen weltweit. Neben den Aktien gibt es natürlich andere Wertpapierarten, die an der Börse gehandelt werden, insbesondere Anleihen oder Schuldverschreibungen, festverzinsliche Wertpapiere, Rentenpapiere, Obligationen oder Englisch Bonds. Das sind alles synonyme Begriffe für Anleihen. Bei einer Anleihe nimmt der Erwerber eine Gläubigerstellung ein. Der Schuldner, also das können sein Staaten, Unternehmen oder Kreditinstitute, sind die Schuldner. Anleihen sind für diese Institutionen ein Mittel zur Kapitalbeschaffung, also quasi anstelle eines klassischen Bankkredites. Der Erwerber einer Anleihe hat Anspruch auf Rückzahlung des eingezahlten Kapitals am Ende einer vereinbarten Laufzeit und Anspruch auf, in der Regel auf ein Entgelt in Form von Zinszahlungen. Der Preis einer Anleihe wird in Prozent ausgedrückt, und zwar in Prozent des sogenannten Nominalwertes. Das ist der Wert, vereinfacht ausgedrückt, der auf dem Wertpapier aufgedruckt ist. Und der ist in der Regel 100. Wenn ihr also eine Anleihe kauft, zu einem Preis von 103,50 beispielsweise, dann zahlt ihr 3,50 Euro mehr, als der Nominalwert hergibt. Am Ende der Laufzeit bekommt ihr allerdings nur den Nominalwert zurück, und die Zinsen werden berechnet ebenfalls vom Nominalwert. Aber innerhalb der Laufzeit kann natürlich der Preis schwanken. Das richtet sich nach der jeweiligen Zinsentwicklung und ihr könnt das Papier dann, wenn euch der Kurs attraktiv genug erscheint, dann natürlich auch wieder verkaufen. Eine besondere Form der Schuldverschreibung sind Zertifikate. Was ist das? Zertifikate werden von Kreditinstituten für Privatanleger herausgegeben und verfügen über Derivate-Komponenten. Das wiederum heißt, dass für den Preis, den Erfolg oder Misserfolg dieses Produktes unterschiedliche Faktoren maßgeblich sind. Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung anderer Finanzprodukte ab. Nähere Erläuterungen dazu gebe ich in den nächsten Videos. Zunächst einmal, was versteht man denn unter einem Derivat? Derivate ist quasi ein Oberbegriff für ein ganzes und breites Anlagespektrum. Das Wort stammt vom lateinischen Wort derivare und heißt ableiten. Und damit ist auch schon ein erster, aber auch guter Erklärungsansatz gegeben. Der Preis eines Derivates leitet sich also von einem anderen, sagen wir mal übergeordneten Produkt oder Basiswert oder Referenzgröße, das ist alles synonym, leitet sich davon also ab. Und ihr müsst dann diesen Basiswert, also da kommen in Frage Aktien, Anleihen, Rohstoffe wie Öl oder Getreide oder Edelmetalle wie Gold oder auch Devisen, aber auch finanzielle Kennzahlen wie Zinssätze oder Indizes, ihr müsst diesen Basiswert gar nicht kaufen und könnt aber dennoch über das Vehicle-Derivat am Erfolg dieses Basiswertes teilhaben. Ganz salopp ausgedrückt ist ein Derivat eine Wette. Und wetten kann man ja auf unzählige Dinge. Also ganz im normalen Leben, wer wird Dschungelkönig, wer wird deutscher Fußballmeister oder wird Herr Trump wiedergewählt. Also da gibt es ja eine ganz breite Palette von Möglichkeiten. Und genauso ist es natürlich auch am Kapitalmarkt mit Derivaten. Auch hier gibt es eine unzählige Form von unterschiedlichsten Arten von Derivaten. Aber soll ich bei einer Geldanlage auch wetten? Denn irgendwie haben Wetten, so geht es mir jedenfalls, immer so etwas, so ein Touch von Unseriösität in sich. Mit hohen Risiken und geringen Chancen. Aber ich sage, das muss ja nicht so sein. Derivate am Kapitalmarkt haben durchaus das Potenzial, auch überproportional hohe Chancen generieren zu können. Es ist kein Teufelszeug. Denn wenn ich das so ansehe, dann müsste ich auch von einer Anlage in Aktien abraten. Denn auch da wette ich ja im Prinzip auf eine Kurssteigerung. Also unseriös ist das auf gar keinen Fall. Und man kann sich diesen Produkten durchaus widmen. Voraussetzung ist, ich muss sie verstehen und insbesondere deren Wirkungsweisen, um Chancen und Risiken gegeneinander abzuwägen. Derivate können eingesetzt werden, sowohl zur Spekulation, aber, und das ist, finde ich, ganz besonders wichtig, auch zur Absicherung eines Risikos. Und da komme ich später noch drauf zu sprechen, in den weiteren Videos, zur Absicherung beispielsweise meines Aktiendepots. Um die Wirkungsweise eines Derivates zu verstehen, habe ich zunächst einmal ein ganz einfaches Beispiel. Ihr ärgert euch vielleicht über steigende Benzinpreise und denkt möglicherweise, Mensch, da könnte ich doch auch vielleicht dran teilhaben, partizipieren. Und ihr entscheidet euch, ja, ein Derivat zu kaufen. Und zwar ein Derivat, ganz allgemein gesprochen, auf den Ölpreis, auf ein Bärl Öl. Bärl ist die Einheit, mit der Öl notiert wird. Beispielsweise ein Bärl Öl kostet 100 Dollar. Das Derivat kostet euch 10 Dollar. Und ihr entscheidet euch für ein Verhältnis am teilnehmenden Erfolg von 1 zu 1, also eine sogenannte 1 zu 1 Partizipation. Wenn nun der Ölpreis um 10% steigt, also in dem Beispiel auf 110 Dollar pro Bärl, dann steigt auch euer Derivat im Preis um 10% hier um 1 Dollar bei einer 1 zu 1 Partizipation. Nun könnt ihr sagen, ach, das ist aber langweilig und ich bin auch viel risikofreudiger und entscheide mich für ein anderes Verhältnis, sagen wir mal 1 zu 10. Nun steigt der Ölpreis um 10%. Dann steigt auch euer Derivat um 10%, aber in diesem Fall 10 mal 10. Das heißt, ihr habt 10 Euro statt einem Euro gewonnen, quasi 100% Gewinn gemacht. Daran könnt ihr sehen, an diesem einfachen Beispiel, dass man mit Derivaten überproportional hohe Chancen generieren kann. Natürlich darf ich nicht verschweigen, dass es auch in die andere Richtung gehen kann und dann auch natürlich ganz schnell ein Verlust entsteht. Zu den bekanntesten Derivaten gehören Futures, Options oder Optionen und Swaps. Deren Wirkungsweisen erkläre ich euch auch an einfachen Beispielen im nächsten Video. So, zum Einstieg in diese Videoreihe soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch die Thematik ein wenig näher bringen und auch darlegen, dass Derivate und strukturierte Finanzprodukte eigentlich kein Teufelszeug sind, wenn ihr euch damit beschäftigt und wenn ihr die Wirkungsweisen auch versteht. Und dann bieten auch Derivate hohe Chancen auf überproportionale Gewinne am Kapitalmarkt. Schreibt mir doch bitte eure Kommentare, Hinweise, Anregungen unten in die Kommentare und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und wenn ihr auch keine weiteren verpassen möchtet, gerade auch zu dieser Reihe, dann lasst mir doch einfach ein Abo da und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.